hallo herzlich willkommen und was ist denn bitte mit den fenstern los das ist ein zweier fenster hier ist ein vierer fenster plötzlich dazwischen 22 das dann sind drei platz ja das anreize viel fenster drin eben dass ich weg machen das schild nervt mich hat sobald man irgendwas das war irgendwas bauten oder man das kann auch sein so ein block 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 so und hier drüben ist 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 so genau genau so stimmt man muss springen wenn man die eier neu setzt draußen gerade so blödes hund gespawnt das steht jetzt einfach davor ja 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 das muss man immer machen wenn man ein nee das ist so wie war das jetzt wie hoch sind die etagen selber ohne deine decken oder eine extra schicht gedacht 1 2 3 4 5 5 ab boden auf dem block gezählt der auf dem boden dann hoch kommt also nicht direkt der boden block 1 2 3 4 5 5 5 block genau und plus und dann noch zwei nicht zwei extra zwei zwei extra und der zweite extra oben drauf ist ist der neue ist der neue boden dann okay 1 2 3 4 5 1 2 nicht 1 1 2 3 3 4 2 4 5 2 3 1 4 5 5 5 6 6 5 4 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 7 12 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 JC 7 8 8 6 6 8 8 … 9 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 10 emite 10 9 10 11 9 die höhe hier ist das dann ja ja ich habe schon noch drei herzen wirklich dann höre ich jetzt mal lieber auf aber ist klar ist meine kartoffel rein knallen ja zwei so habe ich stein mit den stein helfen den brauche ich auch ja stein ist in der kiste drin neben den öfen ganz runtergefallen ja sagen das klang nämlich so ganz runtergefallen ist gerade so voll dass ich mich erst mal sortieren muss so auf der aufnahme läuft ja sagen nach 321 dass er noch die aufnahme los geht das ist das der neue boden aber ich mal das geht das gerippe weder also das ist jetzt der rahmen von dem ganz neuen boden der oben drauf ist wo man dann wieder drauf laufen kann ach so das ist sozusagen wenn wir noch mal so eine lichtschicht machen muss die darunter wenn der lichtschicht machen willst dann muss noch mal 12 dann drunter ja ja aber das beißt sich doch dann mit dem mit der rosette das beißt sich sowieso mit der rosette war ja unten die auch direkt auf dem boden anfängt das habe ich sowieso schon so gedacht dass die direkt parterra beginnt ja aber die verschwindet doch ich meine die fünf block sind ja 1 2 3 4 5 dann wäre ja der gesamte wäre ja die fenster sozusagen oben bündig mit der decke ja ja und die rosette wäre halt voll eingebaut oder man ist an der stelle frei man kann man könnte uns irgendwie hin basteln so eine aussparung genau machen das ist quasi damit so treppen weißt du muss das davor so einknickt die decke und dann ja das wäre das würde auch ganz nice aussehen ja das spieler modell ist zwei block hoch ne ja wenn ich brauche dringend fackeln 15 uhr ich sehe das schon hier oben ist so dunkel auf dem rahmen schon wieder das bond definitiv bald was wird wieder gemacht dann wieder das team läuft nicht so weil sollte es dann unsere letzte etage sein ich würde noch eine machen dann okay das ist ja die etage wo unsere zimmer und so ein spaßchen kommt ja ach so dann machen wir noch eines machen dann oben hin also nach spätestens lagerraum werden wir sagen ich hab doch ne katze dabei gehabt wieso kommt dein creeper zu mir du bist drunter gefallen du hast eine spinne gekriegt okay war das wirklich eine spinne oder warst du das es war eine spinne ich hab's von weitem gesehen ich musste ich musste ich hab mich schon amüsiert weil die spinne ist dir so richtig schön nachgelaufen du baust da in aller ruhe plötzlich an der kante macht es ich hab nämlich extra nach oben geguckt damit ich sehe dachte ich mir okay geschafft aufgehört bevor du runter fällst und dann plopp und ich stehe mir danke du hast dabei ein bisschen creeper spaß besprochen ja dann nehme ich mir nur extra eine katze mit damit ich mich nicht dauernd umgucken muss mein spiel steht oh gott ich dachte jetzt ist vorbei oh ich hatte dasselbe problem wie du ich hab ein bildschirm getauscht und hast mir meine ganzen icons durcheinander gewürfelt windows geil ah die spinne meiner wahl ich sehe sie da ja die ist geil auf dich so hier würde ich jetzt einfach freilassen sozusagen ja das basteln wir uns auch zurecht und dann so hier weitermachen das war ein zu viel moment 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 so dann mach ich mal das schweppenhaus zuschauer da nehmt sich nein leolio was tust du ach so das jetzt natürlich oh das war zu viel das war zu viel 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 ach sie dem baufehler nächstes kipper fehler passt ecke 2 1 2 2 2 2 1 2 block ha das nämlich der trick 2 1 2 2 2 2 1 2 1 zack ich kann mich jetzt nicht verbauen weil da oben die blöcke sowieso hin müssen warte mal wo muss die treppe hin äh die tür hin an vom dinks 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 heck weg und der cui Ich baue ausnahmsweise mal keinen Bohrstein ab, gerade. Oh, okay. Ich wollte mal was anderes machen. Ja, verstehe ich schon, verstehe ich schon. So, die Lampen sind immer unten. So, eins, zwei... Weißt du was? Ich baue jetzt den scheiß Koppelgenerator. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja kein Zustand, in dem wir hier leben, ganz ehrlich. Hehe. Das ist Koppelstone abbauen Generator 2018. Simulator, nicht Generator. Simulator, ich wundere mich gerade nicht. So, dafür muss ich mal mit ein paar Eimern unter die Erde rennen. Was mit ein paar Eimern willst du? Ach so, ja klar. Ich dachte, du wirst den Koppelstone in einen Eimern einladen. Das wäre natürlich geil, wenn das geht. Ist gekratzt, los geht's. So. Doch. So, Ausgangstür. Vergiss es Creeper, ich hab ne Katze. Oh Mann. Ich bleib auch mal in diesen blöden Blöcken hängen. Gar nicht. Wo stehst du? Wohin muss ich denn? Ich glaube, ich bin zu leise, oder? Sag dir mal was bitte. Ja, hallo. Hallo, hallo. Ich bin hier. Okay, doch, das passt. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Mein Name ist Neolium. Ja, 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 ja. Oh! Jetzt kommt die gesamte Berufsgruppe mit. Die Berufsgruppe? Guck mal, die falten sich. Falten sich. Zitronenfalter. Der Zombie hat gegen das Skelett gewonnen. Das ist ganz schön anstrengend. Was? Okay. Ja. Der Zombie hat das Skelett einfach weggemacht. So, wie machen wir denn das jetzt? Mein patentiertes Treffensystem. Ah, doch, das funktioniert noch. Das geht. Das ist mir so schön. 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 Auf uns. Wieder machen. Boah. Manche mögen es wirklich heiß. Aber schön, dass sie das eingebaut haben. Ja. Du kennst den Film, ne? Welcher? Welcher? Manche mögen es heiß. Ne, wenn der Film so heiß, kann ich nicht. Ich kenn den auch nicht. Was? Darauf passiert dieser Gag. Bei mir steht einfach nur Hot Stuff. Deswegen, ich schwöre auf Englisch. So. Mir steht einfach Hot Stuff. Okay. Auf Deutsch heißt es, wenn manche mögen es heiß. Hier unten sind Creeper gespawnt. Hot Stuff? Ja. Und da ist ein Creeper in der oberen Etage. In der oberen auch. Ey, das ist alles hellst ausgeleuchtet. Naja. Naja, ne. Eigentlich nicht. Da ist vor allen Dingen der oberen Etage dort. Oh, ne. Da ist ein Creeper. Lol. Ipimster Lavasee. Titikakasee. Ja, der auch. Der ist tatsächlich auf der Kante gespawnt. Ein Pfeil reicht. Aber auf der unteren. Ich hab keinen Pfeil. Ich hab auch keinen Bogen. So. Der einzige mit dem Bogen. Ja. Ja. Ah, die Spinne klettert ja die Wände hoch. Ja. Ja, ja. Ah, krasser Scheiß. Jetzt hab ich das auch mal gesehen. Ne, Miezi, du musst nochmal mitkommen. Ich muss weiterbauen. Ja, ja, die können da, die können die Wände hoch. Das ist ja eklig. Oh, die scheiß Creeper. Können die jetzt mal gehen? Wo sind die denn gespawnt? Oh, da ist eine Spinne. Wo kommt die denn jetzt her? Ja. Ne, die ist die Wände hochgeklettert. Das war die. Die ist jetzt bei mir hier oben. Hallo. Ja, komm runter, genau. Aber das... Boom. Cool. Wieder alles von vorne. Na ja, gut, nicht alles. Ja, geil. Was für eine Scheiße. Weil die fallen in die Creeper, die springen so ein gleichmäßiges Quadrat weg. Ja, ja. Deine Katze ist im Wasser. Irgendwo in meiner Nähe ist gerade irgendwo qualvoll ein Tier verendet. Fledermaus, glaube ich, sind die Lava geflogen. Richtig gehört habe. Inkontinenz. Inkontinenzia. Ups. Hallo Creeper. Creeper. So, Buschbun, willst du mal Zeuge von einem wahnsinnigen Stand sehen? Ja, wo bist du? Guck mal nach oben. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Geh mal um das Haus rum. Links, ja. Genau, jetzt geradeaus. Und jetzt rechts in der Ecke, das ist der Wassersee. Oh ja, der ist Wasser. Ja, das habe ich so ein bisschen zugehört. Und das treffe ich jetzt. Das treffst du nicht. Und Achtung. Hopp. Riecht da gar nicht. Alter, die Shader sind echt blöse hier unten. Ich bin nicht. Du siehst überhaupt nichts mehr. Ich stehe neben dir. Du stehst aber nach oben. Da fliegst du vielleicht raus jetzt. Ich stehe neben dir. Du stehst bei mir nach oben. Jetzt der Disconnect wäre echt unangenehm. Die Buschbunen left the game. Ja. Ach mein Mann, das ist auch so ein Piken. Ja. Aber eigentlich verstehe ich nicht warum. Ja, weil ich sitze hier irgendwo auf der anderen Seite von Dresden und du sitzt neben ihm. Genial. Ähm, bist du mit... Bist du mit ihm... Ne, klar, bist du mit der direkten IP-Adresse verbunden? Äh, weißt du, was noch gerade auffällt? Oh, da sind Skelette gespawnt in der Eingangshalle. Ja, ich sagte, es ist zu dunkel. Ey... Warte mal. Passt das noch? Ja gut, es passt noch. Miau! Ja, so ist es und das müssen wir auch mal zubauen hier. So geht's nämlich nicht. Dann mach ich gleich mal der Fackel-Action. Ich hab aber auch die leichten Legs. So, wie viel jetzt? Drei oder vier? Eins, zwei, drei, vier. Verdammt. Na dann noch eine Schicht. Gerne. Lamm aufhören. Du schickst mich doch nicht so. Okay, den kann ich nicht. Ernsthaft? Habe ich keine Schaufel mehr? Oh, nee. Achso, bin ich schon viel zu weit. Gut. Ähm, da müssen wir als nächstes das ausbauen. Okay. Zumutig, das kann nicht sein. Zack. Ey, mit den Shadern habe ich eine Sichtweite von zwei Zentimetern. Hier unten in der Höhle super unangenehm. Was sind denn Shader? Na, ich spiele mit Shadern. Also, dass sozusagen Minecraft Schatten hat, blöd gesagt, und Bäume und Wasser alles animiert ist und so und so. Sieht halt affengeil aus. Brauchst halt einen NASA-Rechner dafür, ansonsten ruckelt es wie hart. Das wie zum Beispiel Kronk auch spielt oder... Sozusagen alles so wunderschön aussieht. Ja. Und da ich halt, da ich halt einen kleinen NASA-PC habe, habe ich mir gedacht, komm. Und das Problem an den Shadern ist halt, dass das halt so realistisch, blöd gesagt, berechnen wird mit dem Lichteinfall, dass die Fackeln hier unten halt echt nur noch einen Kegel von fünf Wätern haben und dann ist es vorbei. Okay. So, okay. Mal gucken. Wie sieht das hier aus? Oh, nee. So. Ach, schön. Die große Sechste. Wieso, hast du etwa was Neues gekauft? Nee, ich habe Kohle abgebaut. Im wahrsten Sinne des Wortes, also ist dasselbe. Ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich dasselbe. Kohle abbauen im Real Life, sozusagen. So, letzte Fackel ist angebrochen, habe ich nicht noch Holz? Und das Finanzamt ist der Creeper dann, was? Hä? Ich habe meine Stickys rausgekommen. Lüfter bei mir abgeschafft, hört man nicht? Nö, dein Lüfter hört man nicht. Nö, dein Lüfter hört man nicht. Ja, da muss ich mal ganz blöd lachen kurz. Da muss ich mal ganz blöd lachen kurz. Es ist einfach schwarz bei mir hier unten. Es ist einfach schwarz bei mir hier unten. Kann sich mal irgendjemand mit Holz hier herstellen? Was? Was? Ja, warte. Ich kann dich auch zu mir teleportieren. Ja. Oder TCM macht's. Er sagt gerade warte, als ob ich es gleich mache. Äh, ach so. Warte. So. Oh, die Katze hast du mitgebracht. Ja. So, TCM kannst du wieder zurückdingsen? Äh, ja. Warte mal, ich kann dir gleich mal den Stein mitgeben. Okay, ja, gerne. Wunderbar. Hast du? Ja, ich denke. Gut, dann wird's jetzt passieren. Ja. Okay, danke. Oh, das war ein bisschen vielfackeln. Was ist denn jetzt noch ein Dinosaurier? Hätte ich fast gesagt. Hier. Die Mine ist real. Also unsere, wie heißen die? Zombies. So. Die überleben in unserem Haus. Das ist nicht gut. Die finden das geil. Äh, ist die Decke zu hoch? Müssen wir irgendwie noch mehr Lichter hinkriegen, aber Fackeln finde ich doof, was das angeht. Das versteh ich nicht. Haben wir schon Diamant? Ich kann, ich baue nach ein paar Kronleuchter. Okay. Ähm. In den extra noch ein. Haben wir Diamant? Nicht wirklich, oder? TCM? Bin mir nicht ganz sicher. Ah. Sie wissen. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Was ist das da? Was ist das da? Ich will mir nur die Koordinaten der Mine merken. Okay. Was ist das? Das ist ernsthaft ein Enderman hier unten. Alles klar. Ja. Erstmal verbissen. Alter, was habe ich entdeckt? Das ist nicht anstrengend mit dir. Das ist blöd. Gebrüder Zambi. Gebrüder Zambi. Gebrüder Zambi. Gebrüder Zambi. Wie groß dieses Scheiß Höhlen System hier ist. Erstmal Gewitter. Alles klar. Das ist ein Spinner. Das ist ein Spinnenspawner. Ich verpiss mich. Ich sterbe nur. Ja. Aber die Kisten sind doch reizvoll. Äh. Das ist bei dir im Minensystem. So ein Spinnenspawner. Ja genau. Oh ne. Der ist nicht gut. Deswegen sage ich, ich verpiss mich, weil da... Pissmens. Todlich sterben halt, ne? Pissmens. Brauchten wir eigentlich schon für irgendwas Gold? Nee, für was braucht man das überhaupt? Doch, doch. Ich hab Gold für die Powered Whales. Stimmt für die und für Kompanten braucht man es noch. Für Kompanten braucht man es noch, ja. Du kannst ja auch Werkzeuge draus machen, aber... Ja, witzig. Die halten zwei Sekunden, die sind zwar schnell, aber... Spinne! Kannst du einen Block Wasser machen dort unten? Wär ich? Ja. Wieso? Damit ich schon landen kann. Ich stehe wieder mal wo. Achtung, Zombie! In der Nähe. Oh, der ist auf dich aber. Geil. Hä, tatsächlich. Wie kann der auf mich geil sein? Das ist ein Baby-Zombie. Achtung, der kommt zu dir jetzt. Achtung. Ja, ich will nicht, Mann. Und noch einer. Na gut, dann lande ich in dem anderen Wasser. Ups. Wie mache ich das denn jetzt? Lieber Zuschauer, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, wie bekloppt ihr das mit den Porten findet. Mit den Porten? Ja, dass du kurz zu mir gekommen bist, um mir das Ding zu geben. Zur Zeit sparen. Ja, das ist bescheuert. Ja, das ist bescheuert. Aber ich meine, wir verbringen ja ziemlich viel Zeit, um irgendwelche Sachen zu bauen. Was? Ach. Wie ist das für ein System? 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 Ach, wir haben jetzt auch eine oder andere Sache schon gecheatet? Naja, was soll's. Achso, tatsächlich? Ja, ich meine, mit dem ganzen Quetitiv und so hin und her und Porten, das ist ja nicht ganz koscher. Aber direkt Produkte in dem Sinne nicht gecheatet, nein. Ja, eben, kurze. Ja, weil ich finde... Was machst du da oben? Äh, ich? Ja. Ich versuche einen Weg wieder runter zu finden, ohne Schaden zu nehmen. Achso. Aber das ist ja auch nicht.